Wir starten schon langsam wieder in die neue Bagsaison. Draußenswetter ist schon frühlingshaft. Wir haben schon wirklich extrem viele Modelle und Neuheiten bei uns im Haus. Unsere Mechaniker sind schon fest beim Aufbauen. Und für das Ganze, damit ihr euch jetzt schon ein bisschen schlau machen könnt, was wir alles haben, haben wir jetzt auf unserer Homepage www.sport2000-simon ein neues Tool hinterlegt, wo ihr unsere aktuellen Lagerstände in den diversen Farben seht. Ihr könnt es herausfüttern, die Bags sind super beschrieben mit allen Komponenten, Kleinteilen und Zubehör. Ihr könnt das Ganze dann auch online vorab reservieren. Ganz unverbindlich und kostenlos. Einfach einsteigen, Button draufdrucken, Datum wählen. Wir bereiten bis dahin natürlich das Radl in deiner Größe vor. Und dann steht der Probefahrt nichts mehr im Bild. Ich freue mich auf euch, mein Team freut sich auf euch. Bis dahin, alles Gute!